Und einmal ganz schnell, wie melde ich mich im Rechnerpool bei iSurf ab? Wir haben hier bei unseren Geräten eine Windows-Umgebung. Das hier soll ein Fenster sein mit Fensterkreuz und das finde ich hier unten bei den Symbolen wieder. Da steht Start. Statt zu starten möchte ich hier beenden. Ich klicke einmal drauf und dann ist hier der Knopf Herunterfahren. Ich möchte aber gar nicht herunterfahren, sondern gehe rechts auf den Pfeil und dann geht schon ein Menü auf, wo ich hier neben Benutzerwechseln auch den Punkt Abmelden finde. Also bitte dort einmal auf Abmelden klicken und ihr werdet abgemeldet. Der Rechner bleibt an und die nächste Person kann sich ganz schnell wieder anmelden, ohne dass der Rechner lange hochfahren muss.